Wir haben ja einen Nachrichtenartikel vorliegen und dieser Nachrichtenartikel stützt sich auf eine Studie. Und die Überschrift des Artikels ist, Frühstück könnte Übergewicht bei Teenagern beseitigen. Und dieses Beseitigen heißt ja, wenn ihr mich fragt, so viel wie, Frühstück, Frühstück, wenn ich Frühstück esse, dann folgt daraus, dann folgt daraus, dass ich kein Übergewicht mehr habe. Das ist ja das, was dieses Beseitigen hier implizit unterstellt. Und was wir uns jetzt angucken wollen, ist, ob die Studie wirklich erlaubt, so einen Schluss zu ziehen oder ob das vom Journalisten ein bisschen übertrieben wurde, sage ich mal. Und dieses Studium, die es sich handelt, steht hier. In einer Studie, veröffentlicht in Pediatrics, analysierten Forscher die Essensgewohnheiten und die Gewichtsmuster einer Gruppe von 2.216 Teilnehmern über einen Zeitraum von 5 Jahren, also 1998, 1999 bis 2003, 2004, bei verschiedenen städtischen Schulen in Minneapolis, St. Paul, Min. Und so weit, so gut. Wir wollen nicht darauf eingehen, ob die Studie jetzt korrekt durchgeführt wurde. Wir nehmen mal an, dass diese 2.216 Teilnehmer repräsentativ sind für die Teenager und dass der Zeitraum auch gut gewählt ist, dass die restlichen Kovariablen kontrolliert wurden oder randomisiert wurden oder sonst was. Wir gehen mal davon aus, dass die Studie an sich erstmal korrekt durchgeführt wurde. Und jetzt wird hier gesagt, die Forscher berichten, dass Teenager, die regelmäßig Frühstück essen, regelmäßig Frühstück essen ist die eine Sache, weniger Kalorien durch gesättigte Fette zu sich nahmen und mehr Ballaststoffe sowie Kohlenhydrate zu sich nahmen, als Teenager, die kein Frühstück zu sich nehmen. Und jetzt kommt wieder so eine Implikation hier. Darüber hinaus schienen diejenigen, die regelmäßig Frühstück essen, physisch aktiver zu sein, als diejenigen, die kein Frühstück essen. Und hier muss man wirklich aufpassen, was hier gesagt wird, weil jetzt sind hier die zwei Sachen. Einmal das Frühstückessen wird jetzt hier hingestellt in den Raum. Frühstück essen. Frühstück. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Ich schreibe gerade ein bisschen schlampig. Und dann wird hier noch das physisch aktiv sein. Physisch aktiv. Das sind die beiden Sachen, die jetzt hier in den Raum geworfen werden, in irgendeinem Zusammenhang. Und wir lesen noch ganz schnell das, was hier am Ende steht. Die Teenager nehmen weniger Gewicht zu und haben einen niedrigeren Body Mass Index, wenn sie regelmäßig Frühstück essen. Wenn sie das tun. Und hier ist jetzt wieder ganz klar zu sehen, dass hier so eine Art Kausalität reingebracht wird, so eine Abfolge von Ereignissen. Wenn sie Frühstück essen, Frühstück, wenn sie das machen, Frühstück, daraus folgt, sie nehmen weniger Gewicht zu und haben einen kleineren Body Mass Index, also kein Übergewicht. Kein Übergewicht. Das wird hier unten wieder behauptet. Und was wir uns jetzt angucken müssen ist, diese Studie, was hat die eigentlich genau untersucht? Die Studie hat zwei Arten von Teenagern sozusagen beobachtet. Die eine Art hat wenig Frühstück gegessen und schien weniger physisch aktiv zu sein und war ein bisschen übergewichtiger und so weiter. Und die andere Gruppe von Teenagern hat regelmäßig Frühstück gegessen und schien weniger Gewichtsprobleme zu haben und physisch aktiver zu sein und so weiter. Und was jetzt der Journalist daraus gezogen hat, ist okay, wenn das der einzige, das ist ja scheinbar der einzige Unterschied, dass sie Frühstück essen oder kein Frühstück essen und wenn man Frühstück isst, dann hat man kein Übergewicht. Das ist jetzt das, was der Journalist hier quasi rausgezogen hat. Diese Folgerung, Frühstück, daraus folgt kein Übergewicht. Frühstück, daraus folgt kein Übergewicht. Sehen wir hier immer wieder. Aber was wir nicht wissen ist, können wir das überhaupt ziehen? Weil die Studie an sich hat hier keine Richtung vorgegeben. Es kann ja, kann es vielleicht sein, dass kein Übergewicht dazu folgt, dass man Frühstück isst, weil man keine Sorgen hat, dass man irgendwie dann zunehmen würde. Oder kann es sein, dass physisch aktiv sein dazu führt, dass man Frühstück isst. Oder andersrum, dass Frühstück essen dazu folgt, dass man physisch aktiv ist. Diese ganzen Richtungen, die Richtungen hat die Studie nicht untersucht. Und das ist der Unterschied, den wir jetzt aufstellen, nämlich, wenn so eine Richtung hier vor, wenn man eine Richtung behaupten will, dann behauptet man eine sogenannte Kausalität. Kausalität, eine Begründung, eine Kausalität. Dass die eine Sache der Grund für das andere ist. Wenn man so eine Richtung nicht hat, wenn man das nicht untersucht, wie in dieser Studie, dann untersucht man nur eine Korrelation. Also das gemeinsame Auftreten von verschiedenen Dingen. Und das hört sich sehr ähnlich an und sind nette Wörter, aber die beschreiben vollständig andere Sachen. Nämlich die Kausalität, wie gesagt, sagt, wir haben jetzt zwei Sachen, die wir untersuchen, in dem Fall jetzt Frühstück, Essen und Übergewicht. Und wenn wir eine Kausalitätsaussage machen, dann sagen wir, aus A folgt B, aus B folgt A, aus A folgt C, was weiß ich was, es folgt immer aus einem was anderes. Also zum Beispiel, was der Journalist auch gesagt hat, aus Frühstück folgt kein Übergewicht. Wenn ich Frühstück esse, dann habe ich kein Übergewicht mehr. So was ist eine Kausalitätsaussage. Und eine Korrelationsaussage ist lediglich, ich habe eine Studie gemacht und ich beobachte zwei Sachen, dass die gleichzeitig passieren. Ich beobachte, dass Teenager, die regelmäßig Frühstück essen, scheinbar auch diejenigen sind, gleichzeitig diejenigen sind, die weniger Übergewichtsprobleme haben. Oder, und es gibt sehr viele witzige Beispiele auch zu diesen Korrelationssachen, es gibt zum Beispiel eine sehr starke Korrelation, dass der Margarinekonsum in den USA mit der Scheidungsrate korreliert, dass wenn in einem Jahr viel Margarine konsumiert wird, dass dann auch sehr oft sich geschieden wird. So was sind Korrelationsaussagen, dass Sachen gleichzeitig passieren. Und jetzt müssen wir uns angucken, was könnte alles dieser Grund sein, was könnte sein, dass diese Sachen so gleichzeitig passieren, dass die zusammenhängen. Und dafür scrolle ich mal ein bisschen runter, dass wir ein bisschen Platz haben. Was könnte denn der Grund sein dafür, dass Frühstück und kein Übergewicht irgendwie zusammenhängen? Naja, das könnte natürlich so eine Folgerung sein, wie der Journalist es hier gezogen hat. Ich will nicht sagen, dass es falsch sein muss. Es kann richtig sein. Aber es können auch sehr viele andere Sachen sein. Darüber muss man sich Gedanken machen. Darüber muss man, die Studie muss so angelegt sein, dass es diese anderen Sachen ausschließen kann. Okay, das heißt, wir haben ja einmal das Frühstück. Frühstück. Und dann haben wir, dass wir kein Übergewicht haben. Kein Übergewicht. Und vielleicht hängen diese Sachen nur zusammen, weil ein dritter Faktor sie zusammenhält. Es könnte nämlich natürlich sein, dass die physische Aktivität, die physische Aktivität, und das ist nur eine Hypothese, nur eine Theorie, die ich jetzt mal aufstelle, physische Aktivität, auch genannt Sport, ich behaupte jetzt einfach mal, oder wir können mal annehmen, dass die physische Aktivität dazu führt, dass man Frühstück will, weil man Hunger hat, man ist morgens laufen gegangen, hat danach Hunger, ist Frühstück. Und gleichzeitig auch, weil man laufen gewesen ist, baut man Muskeln auf, baut Fett ab und hat kein Übergewicht. Das heißt, die physische Aktivität wäre der Grund für beides. Und jetzt haben wir hier teilweise in der Studie dann Personen, die Morgensport betreiben, und Personen, die keinen Morgensport betreiben. Und die, die Morgensport betreiben, würden dann auch gleichzeitig diejenigen sein, die viel Frühstück essen, und gleichzeitig diejenigen sein, die kein Übergewicht haben. Aber wir würden ja nur sehen, wir sehen ja das mit der physischen Aktivität nicht, wir würden dann nur sehen, viel Frühstück, kein Übergewicht. Na super, aber es ist kein Zusammenhang zwischen dem hier oder dem hier. Der existiert nicht. Es gibt nur diesen über die physische Aktivität. Das ist ein dritter Faktor. Und dann ist es nur eine Korrelationsaussage. Dann können wir keine Kausalität folgern, weil diese Sachen nämlich nicht zusammenhängen. Und wenn dem so ist, wir nehmen mal weiterhin an, dass es so ist. Sagen wir mal, wir haben jetzt einen, ihr habt einen Kumpel, und der ist übergewichtig, Übergewicht, Übergewicht, und er ist gleichzeitig auch nicht physisch aktiv. Also nicht sportlich, schreibe ich mal, nicht sportlich. Und diese Person ist jetzt unglücklich damit, dass sie übergewichtig ist, sie will abnehmen. Was würdet ihr ihr raten? Na ja, wenn ihr nur diese Studie lest, von diesem Journalisten, dann würde ich dir sagen, oh, wie kann ich denn kein Übergewicht erreichen? Naja, das kann ich erreichen, indem ich Frühstück esse. Und dann würdet ihr diesem Freund sagen, jo, iss doch mal zufällig noch, zusätzlich noch Frühstück. Dann wirst du bestimmt nicht übergewichtig sein. Aber das wäre dann hier gar nicht der Grund, weil wenn das hier, wenn das hier der Unter, wenn das hier die tatsächliche, die Realität wäre, dann müsstet ihr eigentlich hier ansetzen, an dem nicht sportlich. Weil dann könntet ihr sagen, mach morgen Sport, dann würdest du kein Übergewicht haben. Und nebenbei würdest du dann wahrscheinlich auch anfangen, Frühstück zu essen, aber das ist okay. Das passiert dann einfach gleichzeitig. Und wir können uns noch ganz viele andere Möglichkeiten ausdenken, was der zugrunde liegende Grund sein könnte. Wir könnten zum Beispiel sagen, dass dieser Freund hier das Problem hat, dass er sehr spät schlafen geht. Also er hat Schlafmangel. Schlafmangel. Und weil er halt Schlafmangel hat, versucht er morgens immer noch so lange wie möglich zu schlafen und schafft es eben deswegen kein Frühstück zu essen. Also aus dem Schlafmangel folgt dann, dass er morgens keine Zeit für Frühstück hat, kein Frühstück isst. Aber aus dem Schlafmangel folgt gleichzeitig auch, dass er seinen Hormonhaushalt irgendwie durcheinander bringt oder dass seine Verdauungsmaschinerie nicht richtig funktioniert und dass er deswegen Übergewicht hat. Das ist auch eine Möglichkeit, wie es zu dieser Beobachtung kommen konnte, dass wir sehen, dass die Jugendlichen, die kein Frühstück essen, übergewichtig sind. Das könnte über den Schlafmangel zusammenhängen. Oder machen wir nochmal ein paar Möglichkeiten. Wir haben ja, wir haben sehr viele Möglichkeiten. Die müsste eine gute Studie alle ausschließen. Sagen wir, das hängt darüber zusammen, dass über Armut. Sagen wir, wir haben ein paar arme Kinder in der Studie gehabt und ein paar nicht arme Kinder in der Studie. Und die armen Kinder, da müssen die Eltern schon so früh morgens arbeiten gehen, dass sie keine Zeit haben, ihnen Frühstück zu machen. Das heißt, daraus würde dann folgen, kein Frühstück für die Kinder oder die Teenager, die hier untersucht wurden. Gleichzeitig würden diese Kinder, weil die sich dann den ganzen Tag lang auf sich alleine gestellt sind, müssen sie vielleicht selbst sich Essen machen und schaffen es deswegen nicht wirklich gesund zu essen. Also ungesundes Essen nehmen sie zu sich über den ganzen restlichen Tag hinweg. Ungesundes Essen. Und daraus würde dann eigentlich folgen, dass sie übergewichtig sind. Bei vielen, muss nicht bei allen sein, aber bei vielen würde das vielleicht daraus folgen. Und hier können wir noch deutlicher sehen, dass es eigentlich kein kein daraus folgt Zusammenhang gibt, sondern nur ein gleichzeitiges Auftreten. Weil die Kinder, die kein Frühstück essen, die machen das ja, die machen das ja nur, weil sie arm sind. Das heißt, aus der Armut folgt das hier und aus der Armut folgen dann noch ein paar andere Sachen, die dann zu Übergewicht führen. Das heißt, es ist eine viel längere Kette, die wir dann untersuchen müssten, aber es ist nicht direkt so, dass wenn wir jetzt ein Kind nehmen und ihm Frühstück verschreiben, dass es dann plötzlich anfangen würde, gesundes Essen zu essen und dann auch kein Übergewicht hätte. Weil es gibt hier keinen Zusammenhang. Hier gibt es keinen Zusammenhang. Das heißt, wir müssten hier unten ansetzen, bei der Armut. Oder machen wir noch ein letztes. Sagen wir, wir nehmen mal an, dass der wahre Grund wäre, dass man zu viel Abendbrot isst. Zu viel Abendbrot. Und deshalb hat man morgens keinen Hunger mehr. Morgens keinen Hunger, dann isst man halt auch kein Frühstück. Kein Frühstück. Aber, weil das irgendwie ungesund ist, kann sein, ich weiß nicht, ob das so ist, ich habe keine Daten dazu, aber nehmen wir mal an, das wäre ungesund und deswegen könnte der Körper damit nicht so gut umgehen und würde halt zu Übergewicht fühlen. Wenn man auf einmal viel isst, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber es könnte sein, nehmen wir es mal an. Wenn man abends sehr viel auf einmal isst, dass man dann Übergewicht bekommt. Und hier hätten wir dann auch keinen Zusammenhang mehr. Und nehmen wir jetzt mal an, dass ihr nochmal diesen Kumpel habt und der kommt zu euch und der hat Übergewicht und er erzählt euch auch, dass das zu viel Abendbrot ist, dass er sich abends immer total vollgefressen fühlt und so und er fragt euch, was er machen kann. Dann könnt ihr natürlich nicht sagen, fang an Frühstück zu essen oder hör auf Frühstück zu essen, weil dieses Frühstück essen, das würde nichts daran auslösen, was mit dem Übergewicht zu tun ist. Es hat hier keine Wirkung darauf sozusagen. Die Wirkung hat nur das zu viel Abendbrot essen. Das müsste man dann ändern. Das ist der Faktor, den wir dann eigentlich ändern müssten, um dieses Übergewicht loszuwerden. Und gleichzeitig würden wir dann auch dazu folgern, dass er Frühstück essen würde. Also das ist diese Sache mit dem dritten Faktor. Der dritte Faktor ist sozusagen der Schalter, den man umlegen muss, damit das eine losgeworden wird, aber dann geht gleichzeitig noch das andere weg. Und wir würden nur sehen, beide Sachen gehen gleichzeitig weg. Da müssen wir aufpassen, dass der Schalter nicht, der Schalter kann eins von den beiden hier sein, kann aber auch das dritte sein, was wir hier unten stehen haben. Und das ist eigentlich das Ganze, was dieses Video hier aussagen soll. Ich will nicht sagen, dass dieser Nachrichtenartikel schlecht wäre oder dass der Journalist keine Ahnung hat oder so. Ich will einfach nur klar machen, dass man bei solchen Studien, die muss man wirklich darauf anlegen, dass sie diese Schalter finden, dass sie diese Gründe finden, Kausalitäten. Wenn man eine Kausalität behaupten will, dann muss man seine Studie auch so aufbauen, dass sie eine Kausalität finden kann, also indem man ein randomisiertes Experiment macht und nicht einfach nur gucken, was für Daten gerade zufälligerweise zusammenpassen und dann halt daraus folgern, dass diese Sachen dann irgendwelche tiefergehenden Gründe haben, die sie gar nicht haben. Also man darf keine Kausalität folgern, wenn man nur eine Korrelation vorliegen hat.